Die Kaliningrader haben gewählt. Das Wahlergebnis gefällt nicht jedem. Die Germanisierungsgegner werden sicher wieder in die Tasten greifen und das unpatriotische Verhalten der Kaliningrader kritisieren. Es ging um die Wahl eines Namens zum neuen Platz vor dem Museum für Bildende Künste, der ehemaligen Königsberger Börse. Die Abstimmung zum Namen für diesen Platz war öffentlich und der Name, der die meisten Stimmen auf sich vereinte, der sollte es dann auch sein. Schauen wir mal, welche Varianten zur Auswahl standen. Sechs Varianten sind es insgesamt. Börsenplatz, Krusensternplatz, Meeresplatz, Platz mit dem Namen Viktor Patsayev, Platz der Meereshelden, eleganter Platz. Wer derartige Vorgaben macht, hat einen eindeutigen Favoriten im Auge. Und so muss man sich nicht wundern, wenn 3097 Personen sich für den Namen Börsenplatz ausgesprochen haben. Insgesamt haben 9484 Personen an der Meinungsumfrage teilgenommen. Das sind rund 2% der Kaliningrader Bevölkerung. Schade, dass man sich nicht für Platz der Bildenden Kunst entscheiden konnte. Was einer gewissen Logik entsprochen hätte, denn es ist der Platz vor dem Museum für Bildende Kunst und nicht vor der Königsberger Börse. Musik